weiter geht's mit der Hackie-Hektik der Name ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig mal gucken was uns da erwartet auf jeden Fall nachher ein Pilz ein grüner achso ein kleines Nachtlevel hoch hoch ok hm das sind ja schon mal interessante Gegner also die kenne ich noch nicht jawohl dann haben wir das hier auch ganz lieben oh also die sind irgendwie sehr merkwürdig also mit den Füßen kann ich ihnen auch schon mal nichts tun nein 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 so dann schnell weg hier das ist mir natürlich mal äußerst elegant daneben gesprungen ich fürchte das kostet das kostet mich noch hier meine ja also bei denen werde ich mich wohl nicht allzu lang aufhalten irgendwie liegen die mir nicht wegen einer Münze die ich da rausholen wollte gestorben ganz ganz schlau so jetzt nehme ich mal so einen Stern hier und dann ist der auch weg gut los geht's sind es dann die Hackies vielleicht wenn es Hackie Hektik heißt jetzt guck's guck's so weg ist er perfekt und ich kann wieder losfeuern so weg hier ach der kommt mich auch noch besuchen nein jetzt kommt er bestimmt zurück ok jetzt kommt er bestimmt zurück ok also da bietet es sich an die so ein bisschen zu beobachten anscheinend wo die lang laufen oh nein nicht so clever aber ich sehe schon ich habe auch schon zwischendrin eine eine ähm Münze also eine Sternmünze vergessen dann lasse ich die jetzt da auch gleich liegen weil dann bringt die mir auch nichts mehr so das wird wahrscheinlich etwas schwer oh weh da gehen die Leben wieder dahin ganz tolle Sache 30 ich würde mal sagen wir machen das so nicht allzu viel Zeit hier verschwenden der Boss wartet komm zack 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 verschwinde ja ach tja aber hier ist die volle und schon wieder nicht aufgepasst und schon wieder nicht aufgepasst und schon wieder nicht aufgepasst oh je oh je oh je na schon mal geschafft ist die Hauptsache genug Münzen dass es bald wieder ein Leben gibt aber das war jetzt nicht so erfolgreich hoffen wir mal dass es in dem Pilz besser wird ja so direkt rein so direkt rein jawohl auf geht's das war schon mal nicht so erfolgreich das war schon mal nicht so erfolgreich das war schon mal nicht so erfolgreich naaah jawohl 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 Naja, mittelmäßig erfolgreich. Auf jeden Fall 32 Leben und ich habe keinen Bowser-Kopf eingesammelt. Das heißt, wir sind bei 35 Leben. Das kann sich wieder sehen lassen. Und jetzt sind schon alle Wege freigeschalten zum ersten Turm, zum Schlangenblockturm. Na, den gibt es dann in der nächsten Aufnahme, würde ich mal sagen. Also, bis dahin dranbleiben. Wir haben noch genug andere Videos, die man so lange anschauen kann. Macht's gut, tschüss.